Flying Whitehawk Devolver Digital Omae no その花びら no yo na Acai kujibiri Kuroi oi lo kori no Oto mo koro Omae no koro Shadow Warrior Ja und damit willkommen zum gleichnamigen Spiel, das ein Reboot vom original erschienenen Shadow Warrior im Jahr 1997 ist. Damals war das Spiel ein bisschen wie die alten Duke Nukem-Teile, kommt auch aus dem selben Haus. Und ja, jetzt wurde 2013, also jetzt 2013, also 2013 wurde das Spiel mit einem Reboot wiederbelebt, hat auch einen erfolgreichen Start hingelegt, bekam auch einen erfolgreichen zweiten Titel und sowas. Und ja, wir spielen jetzt den ersten Teil der Reboot-Reihe und guck mal, was daraus wird. Und wir starten eine neue Kampagne und starten einfach mal auf normal. Ja, wenn's, wenn, ne, also ich erwähne nochmal, ich bin ein Kackboden. Ähm, wenn ich halt zu Kackboden nicht bin, dann schalten wir halt auf einfach, ganz einfach. Ähm, ne, aber halt, wir gucken mal, wir werden halt willkommen. Ja, also ich und Shooter, ja, mal gucken. Aber, wird bestimmt super. Hoffe ich. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Wir haben diesen wunderschönen Ladebildschirm hier abwarten. Ja, wo es auch ganz tolle Tipps gibt, wie zum Beispiel eher zum Nachladen. Dat ist innovativ, das gab's so vorher noch nie. Wenn man die 500.000 Millionen drüber sich andere Male mal wegdenkt. Okay, es geht los. Die Freiheit, die größte Illusion. Still, es gibt noch einige, die versuchen. Die, die die Welt verbrüllen, um es zu regeln. Aber ich werde dich zu Ende. Das, ich versuche dir, Frau. Aber wir sind die Angelegenheiten. Wir können nicht präsentieren, aber wir werden. Prolog 2 Millionen Dollar, Mann! 2 Millionen Dollar, Mann! 1. 5 Millionen Dollar, Mann! MR. 7 Millionen Dollar Ziele, Mann! Oh, lay it down. So, da sind wir jetzt endlich selbst im Spiel und können halt selbst entscheiden, wo wir jetzt hingehen. Ähm. Das ist ein Kaninchen, ein Kaninchen. Na, weh nur Kaninchen, das hat rote Augen. Das hat bestimmt irgendwelche Ritter gefressen. Ah, guten Tag. Mit denen kann ich nicht reden, okay. Okay, einfach mal lang. Ne, ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Also außer natürlich halt den offensichtlichen großen Eingang dahin lang. Aber ich wollte ja erstmal gucken, ja. Wir sind ja erstmal bewaffnet mit einer Klinge. Ob wir die brauchen, naja, mal gucken. Auf jeden Fall ein schöner See. Schöne, viele Kirschblumenbäume. Kirschbaumblütenbäume. Nein, Kirschbaumbäume. Ach, Kirschblüten, ja. Und ich bin das. Ja, toll. Wer wäscht mir jetzt meine Schuhe? Ich hab zwei Millionen Dollar, ja. Der hier ist auch leicht bewaffnet. Den stört das auch nicht, wenn ich von nichts nach rechts springe. Der schwitzt ein bisschen im Gesicht, ne. Mein gut, da steht auch direkt in den komischen Lampen hier, ne. Aber der ist schon, ne. Also, oh. Oh ja, oh ja. Die stört das alle überhaupt nicht, wenn ich hier einfach rumgucke, ne. Ich hab keine Ahnung, ob wir hier überhaupt irgendwie Sachen finden können, so nebenbei. Ich weiß nicht. Ich hab's nicht großartig angespielt. Ich hab nur einen Soundcheck gemacht. Und, naja. Gut. Gehen wir mal rein. Wir sind bewaffnet mit Geld. Uns werden die Türen geöffnet. Das ist schön. Na, gucken wir mal. Ja, wird schon. Wir haben auch nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag zu strecken, ja. Okay. Ja, und jede Menge Ausstellungsstücke hier. So. Guten Tag. Ich hab zwei Millionen Dollar. Kriegt nicht jeder. Das ist die Nobizura Kage. Don't insult me. Who do you work for? Mickey Mouse. Mickey Rourke. Does it matter? This is business. You have the sword. I have the cash. I was told that today I would meet the man behind all this. And yet, here you are. A walking threat? Huh. Listen. I'm a collector myself. More into comic books, but same thing, right? This is a generous offer. I suggest you take- As I explained to the ones who came before you. The sword is not for sale. I am leaving here with the Nobizura Kage. I can pay for it with money. Or I can pay for it with blood. In that case, two business, Mr. Two Million Dollar. My name is Lo Wang. Let's make a deal. Okay. Ja, dann, ne? Drücken wir mal die linke Maustaste, um das Katana zu schwingen. Oder die rechte Maustaste, um mit einem aufgeladenen Hieb anzugreifen und mit Kukalichuriken werfen. Das ist ja toll. Und das kommt halt auch ein bisschen auf meine Mausbewegung nebenher an. Wie der Charakter denn jetzt genau zuschlägt, was ich eigentlich sehr cool finde. So. Bisschen Verstümmelung, das muss halt leider sein bei so einem Katana. Wir sind natürlich scharf. Leicht zerbrechlich, aber scharf. Na komm. Hier, komm. Ich kann ja auch so einen aufgeladenen Schlag machen. Oh. Oh. Das tut mir fast ein bisschen leid. Aber halt auch nur fast. Hallo. So. Wollt ihr ein paar Schuriken? Hier. Fang. Fang. Wir tun weh, ne? Ja. Ihr tut mir auch weh. Was ist mit meinem Geldkoffer? Wo ist mein Geldkoffer hin? Wir haben meinen Geldkoffer geklaut, ihr Schweine. Find ich ja nicht gut, ne? Find ich ja gar nicht gut. Aber was soll's. Oh, guck mal. Da haben wir ein Medikit. Das können wir auch gleich benutzen. Mit linker Umschalter und WASD kannst du in eine Richtung deine Nummer spurten. Halte linke Umschalttaste und Wege drückt, um zu sprinten. Spurts und Sprints verbrauchen Ausdauer. Okay. Ah, okay. Der Ausdauerleiste ist so eine kleine rote Leiste um unsere Lebensanzeige drumherum. Nicht alle auf einmal hier, Leute. Ich hab genug Hiebe für euch alle. Oh, da kommt ja noch einer an. Ja. Meine Wege auch das. So, wo ist er jetzt? Dahinten in der Tür wahrscheinlich, ne? Die schön auffällig blinkt. Ich fand auch schön, ne? Wir haben halt den Geldkoffer aufgemacht und da blinkt da wahrscheinlich eine schöne LED raus. So, uh, hier wertvoll. Hier, was kam da halt so ein Licht raus. Das fand ich schön. So. Guten Tag. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Ego auf dieser einen. Mal schauen. Er wohnt in Akabari High. Strings Four Roses Bourbon. Neat. Er kriegt comic books. Und arbeitet für Orochizuma. Wie hast du das? Zilla. Ich hatte Angst. Zilla Enterprises. Die Innovationspersonen. Talent, das für ein poor master ist, ist ein tree mit rote Rote. Und stand tall. Until kissed by the spring breeze. Bring him in. Take it off. Where am I? What did you do to me back there? Hush now. The grown-ups are talking. Turn Mr. Zilla back on, please. As I said, he is unharmed. A token of my good will. The Nobitsurakage. How much? Why do you desire it so desperately? Have you located the others? You have no idea what you're dealing with. You are a powerful man, Zilla. But even the powerful must live with the facts. The sword will never be yours. I will put it plainly. If you don't give up this sword, it puts you in grave danger. What's happening? I don't know. No. I need more time. Everything is under control. This is too soon. We need to leave. Now. Oh no! Ah wie Arschloch! Cee David Champion! Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich würde mich viel mehr fragen, was waren das jetzt für Typen oder besser gesagt Kreaturen? Na egal, wir nehmen erstmal ein Schwert. Hm, ein Schwert, für wenn du es persönlich machen willst. Okay, jetzt kann ich hier mit dem Gardana die Kette kaputt machen. Tatsächlich, das macht Sinn. Oder vielleicht halt auch nicht, ich weiß es nicht. Gut. Gucken wir uns einmal hier um, was wir jetzt hier genau haben. Steine. Und pluck. Eine Schlüsselkarte. Ja, das gab es halt auch im originalen Shadow Warrior. Sammle Geld, um Upgrades oder Munition für deine Waffen kaufen zu können. Drücke U, um mehr zu erfahren. Okay. Gucken wir mal. Revolver, Tosa, Inu, Typ 13. Ah ja, mhm. Wir können für Geld dann... ...was kaufen? Ein Videahahn. Affe und Schnellfeuermodus. Dann hier ein Leichtzylinder. Dieser Zylinder besteht aus einer leichten und extrem haltbaren Legierung. Ersteigert die Feuerrate um 20%. Die Laufverlängerung kostet 1000. Erhöht die Präzision um 50%. Oder Munition. Ah ja. Kostet 75 pro 8 Schuss. Okay. Ja gut. Das Katar kann ich auch anscheinend irgendwann aufwerten. Aber bisher noch nicht. Okay. Na gut. Und Geld haben wir halt noch nicht. So. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das Original Shadow Warrior nie zu Ende gespielt. Weil es halt einen Punkt irgendwann hatte. Das war halt zu schwer für mich. Da haben wir Geld. Hey. 101 Geld. Was ist das? Die Schlüsselkarte. Kleingeld. Kann man ja mal mitnehmen, ne? Man weiß ja nicht, was man hier noch so finden kann. Oh, guck mal. Noch mehr Geld. Wow. Geld liegt hier einfach auf... Ja, mitten im Weg herum. Gut. Man braucht ja auch Tausende von Dollars. Damit man hier alles irgendwie aufwerten kann. Na, nehmen wir doch hier alles mit, was ich so mitkriegen kann. Was ist das? Es gibt keinen Keks. Nein! Okay. Na, wenn er es sagt, dann wird das wohl so sein. Dann haben wir noch eine MediCab-Tasche. Die brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Also, die kämpfen, das ist ja noch nicht. Was ist das?